Und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen Freunde des gepflegten Klemmbausteinbaus und heute ohne eine Anleitung, das ist aber in diesem Fall gar nicht skandalös oder groß schlimm, denn wir reden hier über ein Mock. Ich habe dieses Mock auf Rebrickable gefunden und zeige euch das natürlich auch gleich nochmal und die Steine habe ich dann über Rebrick bestellt, wo man eben Steine von alternativen Klemmbausteinherstellern bestellen kann, auch über Rebrickable Partless und man bekommt dort wirklich größtenteils sehr gute Steine für recht wenig Geld. Dort ist auch GoBricks ein großer Partner mit und man kann auch zum Beispiel GoBricks Only bestellen, da ist man dann hundertprozentig sicher, dass man super tolle Steine bekommt und wenn man auf die preisgünstigeren Steine geht von anderen Herstellern, bekommt man auf jeden Fall auch gute Steine. Das werde ich euch aber auch kurz einblenden, aber wir sehen uns jetzt erstmal am PC, damit ich euch das Mock, die Anleitung und kurz einmal Rebrick bestellen kann und euch auch mal zeige, was ich mit Lego-Steinen dafür bezahlt hätte und was ich dann am Ende auf Rebrick bezahlt habe. Und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen in meinem PC und zwar haben wir hier die Seite Rebrickable, ich denke ihr kennt die alle und wir haben hier den Nissan R390 GT1 Race Car bei NV Carmox. Das Ganze besteht aus 304 Teilen und wie uns der liebe NV Carmox hier schon zeigt, gibt es davon auch schon die Straßenversion, das Roadcar ebenfalls von NV Carmox. Das super coole bei diesem Mock ist, dass es völlig kostenfrei ist. NV Carmox gibt euch diese Anleitung kostenlos, genauso wie auch von der Straßenversion gibt es diese Anleitung kostenlos. Das heißt, ihr müsstet hier nur die Steine bezahlen, um einfach mal zu schauen, ob Mox generell etwas für euch sind. Man kann sich hier dann die Anleitung auf jeden Fall runterladen und wenn wir uns diese anschauen, haben wir hier die PDF-Anleitung. Ich finde die ist auf jeden Fall vom Aufbau sehr hochwertig gestaltet und auch liebevoll gemacht. Wir haben auch hier eine sehr kleine Bauschrittuntergliederung, also sehr ähnlich an Lego. Ich habe nur ein kleines Problem damit, dass wir hier eigentlich die ganze Zeit mit schwarzen Steinen auf schwarz bauen. Das ist eine etwas ungünstige Farbwahl und man erkennt teilweise oben sehr schwierig, welche Steine eigentlich jetzt rausgesucht werden sollen. Aber ansonsten sieht die Anleitung wie gesagt wirklich, wirklich gut aus und ich werde euch auf jeden Fall im Laufe des Baus berichten, ob sich dieser erste Eindruck bestätigt hat. Insgesamt haben wir dann 116 Bauschritte, bis das ganze Fahrzeug fertig ist. Man sieht ja an der Bauschrittanzahl schon mal, dass wir auf jeden Fall auf 300 Teile mit 116 Bauschritten eine relativ kleinschrittige Anleitung haben und wie viel Mühe hier auch eingeflossen ist. Und auch sehr cool, wir haben hier am Ende nochmal eine Teileliste in der Anleitung. Wie gesagt, ich werde euch auf jeden Fall berichten, wie es sich hier nach bauen lässt. Und jetzt zeige ich euch nochmal kurz Rebrick, wie versprochen, wo ich ja die Steine gekauft habe. Und zwar haben wir ja bei Bricklink hier immer unten das Inventory. Wenn wir jetzt das Inventory hier öffnen, sehen wir, die Steine würden uns original von Lego um die 39 Euro kosten. Und das ist natürlich eine sportliche Anzahl für so ein kleines Speed Champions Größe Race Car. Aber es gibt eben auch andere Möglichkeiten. Und zwar können wir uns hier oben bei Exportparts ja die Partlist exportieren. Dann können wir uns hier zum Beispiel die Rebrickable CSV-Datei nehmen. Ich speichere die jetzt einfach mal bei mir ab. Und dann wechseln wir mal auf die Seite Rebrick, die ich euch auf jeden Fall auch unten verlinken werde. www.webrick.com Und hier habt ihr die Möglichkeit einmal über die Teilenummer einzeln nach Teilen zu suchen. Zum Beispiel wie es hier eben schon angezeigt wird. Oder wir können auch hier ganze Teilelisten hochladen. Und zum Beispiel diese Rebrickable Teileliste wird eben unterstützt. Hier bei dem Feld, wo wir eben unsere Datei hochladen können, können wir auch noch einen Modus auswählen. Das bedeutet, hier auf diesem Modus bekommen wir nur Steine von Alternativherstellern außer Go Bricks. Diese sind ein bisschen billiger als Go Bricks Steine, haben aber auch dann teilweise eine etwas schlechtere Qualität. Im Pure Go Bricks Mode bekommen wir eben nur Go Bricks Steine. Das Problem bei diesen Pure Modes kann aber sein, dass es eine Art von Teilen zum Beispiel eben nur von Go Bricks gegeben hat auf der Seite oder nur von einem alternativen Hersteller. Und dann kann es passieren, dass wir eben nicht alle Steine finden. Deshalb bevorzuge ich auf jeden Fall die Priority Modes. Entweder eben bevorzugt Go Bricks Steine oder bevorzugt Steine von anderen Herstellern. Aber trotzdem wird das jeweils andere auch mit angezeigt in der Liste und gefunden. Wenn wir jetzt mal auf den Price Priority Mode gehen, also den Modus, wo wir auch andere Hersteller mit erlauben und diese Partlist einfach mal draufziehen, dann sucht das Ganze. Und wir bekommen hier angezeigt, 100% von den Steinen hat es gefunden. Es kann auch mal sein, dass einzelne Steine eben nicht über Rebrick kaufbar sind. Und wir bezahlen hier 13,10 Dollar. Mit Versandkosten sind wir dann bei um die 14 bis 15 Euro. Und das hört sich auf jeden Fall schon mal ganz anders an als der Original-Lego-Preis. Hier müsst ihr aber auf jeden Fall bedenken, dass ihr mal 10 bis 14 Tage warten müsst, bis die Bestellung bei euch angekommen ist. Und hier auch mal wieder der Hinweis, dass es keine bezahlte Werbung ist. Ich habe einfach die Plattform selber benutzt, war zufrieden damit und kann sie euch dementsprechend auch weiterempfehlen. Ich fange jetzt aber auf jeden Fall auch an zu bauen und wir sehen uns dann beim ersten wichtigen Bauschritt wieder. Ich wünsche mir immer viel Spaß dabei. Und wir sehen uns das erste Mal nach 33 Bauschritten und haben hier schon eine wirklich schöne Basis vom Race Car gebaut. Mir gefällt schon, wie man an diesem nur ganz kleinen Ausschnitt vom Fahrzeug schon den Detailreichtum erkennen kann, den der Mocker hier an den Tag gelegt hat. Ich hatte bisher noch keine einzige Bautechnik, die schlecht funktioniert hat. Im Gegenteil, ich hatte sogar manchmal das Gefühl, dass ich gedacht habe, richtig coole Bautechnik. Ich glaube, die hätte ich von Lego in diesem Set so nicht gesehen. Es ist natürlich auch schön, dass wir hier größtenteils farbtreu bauen. Natürlich haben wir hier hinten mal ein bisschen gelb versteckt. Und wenn ihr hier ganz genau hinschaut, schimmert noch ein wenig grün durch. Aber hier kann man auf jeden Fall von keiner Farbseuche reden. Wieder so eine Idee, die mir sehr gut gefallen hat, dass wir hier rauf mit so einem Baurichtungsumkehrer und so einem Slope den Sitz aufbauen. Und das Ganze hält letztendlich richtig, richtig gut und sieht auch sehr gut aus. Dann machen wir das gleich mal noch mit dem zweiten. Und ich finde, das ist eine sehr einfache, aber wirklich coole Lösung, um die Sitze hier zu platzieren. Ich hatte auf jeden Fall bisher sehr viel Spaß beim Bau. Die Anleitung ist von den Bauschritten und wie die Teile gezeigt werden, wirklich bisher eindeutig und super einfach gewesen. Die einzige Wahl, die nicht so toll getroffen wurde, war, dass wir die Anleitung mit einem schwarzen Hintergrund haben und größtenteils mit schwarzen Steinen bauen. In den Abbildungen erkennt man es durch die Konturen dann ziemlich gut, aber man sieht teilweise in der Steineauflistung nicht, welchen Stein man raussuchen soll, weil man den Stein einfach nicht erkennt. Das ist ein bisschen unglücklich gewählt, aber auch das Einzige bisher. Ich möchte euch nochmal zwischendrin eine kleine Bautechnik zeigen, die mir für einen Mock wieder richtig, richtig gut gefallen hat. Und zwar hat sich der Mocker hier eine richtig coole Idee einfallen lassen, um die Front zu designen. Und zwar nimmt er hier zwei solche Slopes und die befestigt er mit C-Clems an diesen Teilen, an denen wir auch schon hinten die Sitzlehnen befestigt haben. Und das ist eine richtig simple Bautechnik, aber sehr effektiv und gefällt mir damit sehr gut. Und wir sehen uns wieder nach dem Bauschritt 68, die Motorhaube ist schon mit dazu gekommen und die Grundform des Nissan R360 Racecars ist jetzt schon leicht zu erkennen. Und das coole Frontdesign, von dem ich euch ja schon diese Bautechnik mit den C-Clems und den Slopes gezeigt habe, nimmt langsam Gestaltung an. Das Interieur vom Racecar ist hier aufs Nötigste beschränkt worden, aber das passt ja natürlich auch zu so einem Rennwagen sehr gut. Und das Ganze ist wirklich, wirklich stabil, sehr kompakt und hier fällt nichts auseinander. Also von dem Standpunkt wäre es bis hierhin auf jeden Fall auch bespielbar. Die Seiten wurden komplett gebaut, also man hat hier keine Türen zum Öffnen. Also ich habe bis hierhin sehr, sehr viel Spaß mit dem Mock gehabt und wir sehen uns gleich mit dem fertigen Set wieder. Und damit ist es auch schon fertig, das Nissan R390 KT1 Racecar von dem lieben Mocker NV Car Mox von Rebrickable. Und ich hatte wirklich eine lange Zeit lang jetzt keine Mox mehr gebaut, weil mir da einfach durch die alternativen Klemmersteinhersteller so ein bisschen die Lust vor Gang war, mehr oder weniger. Weil es sich eben gewandelt hat, dass man Lego Mox braucht, um nicht Lego Produkte zu bauen. Und man jetzt von anderen Herstellern ja nicht Lego Produkte bekommt, die aber eben dann auch keine Mox sind. Und ich habe gedacht, ich möchte das mal wieder ein bisschen zusammenbringen und eben Lego Mox mit alternativen Steinen bauen. Und dachte, damit kann man ja vielleicht auch viel Spaß hatten, hatte aber auch ein bisschen Angst, wenn ich mich da bei den ersten Mox sehr vergreife, dass mir die Lust daran wieder vergeht. Und ich kann sofort sagen, ich habe mich bei diesem Mock nicht vergriffen. Ich hatte super viel Spaß, das habt ihr ja schon beim Bau gemerkt und es hat sich bis zum Ende bestätigt. Und hier muss ich auch sagen, ich habe den Rebrickable Account natürlich von dem lieben NVK Mox jetzt in der Beschreibung verlinkt. Der hat auch ein paar Anleitungen, wo man bezahlen muss, zum Beispiel eben 5 Euro für so ein Set in Speed Champions Größe. Und wenn man dann nochmal 10 bis 15 Euro für die Steine bezahlt, ist es immer noch ein guter Preis. Aber auf jeden Fall etwas, wo man den lieben Mocker auf jeden Fall unterstützen kann, der sich die Mühe macht, sich hinzusetzen und eine Anleitung für so ein Set als Privatperson zu erstellen. Und wenn das Ganze dann noch konstruktionsmäßig und bauspaßmäßig und auch von der Anleitung auf so einem hohen Niveau ist und dieses Set sogar eine kostenlose Anleitung hat und eine kostenlose Teileliste, dann kann man natürlich, wenn man andere Sets bei dem Mocker cool findet, auch mal für 5 Euro dort die Anleitung und Teileliste bestellen und den Mocker damit unterstützen. Und wie ihr seht, es gibt da auf jeden Fall viele coole Mocks. Und ich denke, da ist für jeden was dabei, egal ob man deutsche Autos mag, Hypercars oder ähnliches. Aber schauen wir uns das Ganze nochmal vom Aussehen an. Ihr hattet ja die ersten Einblicke von der Seite schon bekommen. Die Front gefällt mir sehr gut dafür, dass sie eben nicht mit Stickern gelöst wurde, sondern gebaut ist und dafür sieht sie richtig, richtig gut aus. Mir gefallen auch solche Details und die Lösung der A-Säule gefällt mir auch sehr gut. Das Heck ist auch auf jeden Fall nicht hässlich, ich hätte es aber mit einem anderen Diffusor oder so noch ein bisschen cooler gefunden. Dann wäre es vielleicht vom originalen Racecar wieder ein bisschen abgegangen. Aber für meinen eigenen Geschmack hätte mir hier ein richtiger gebauter Diffusor besser gefallen als diese Lösung. Aber das coole ist ja an Mocks, man kann sich ja einfach die Steine anders bestellen, nimmt hier eben nicht die Gitter mit, sondern andere Steinchen und baut sich daraus nochmal einen coolen Diffusor. Ansonsten die Spoiler-Konstruktion ist sehr gelungen. Und ich finde es super, wie man ohne Sticker nur mit Steinen hier dieses Farbschema richtig gut getroffen hat. Ebenfalls ist das komplett stabil, also ich kann es fallen lassen, da passiert gar nichts. Alles dran, alles fest und man kann damit spielen. Es hat natürlich keine Lenkung, aber es rollt ziemlich gut. Es ist nicht auf Lego-Niveau, man hat einen leichten Widerstand, aber es rollt richtig gut. Und wenn man es mit Lego-Pins gebaut hätte, dann würde es auch wie ein Lego-Set rollen, weil die Konstruktion sehr ähnlich ist wie bei einem richtigen Speed Champion. Zumindest eben von den Achsen. Zusammengefasst haben wir also einen coolen Aufbau mit einer guten Anleitung und wirklich coolen Bautechniken, ein richtig gutes Aussehen, auch ohne Sticker. Und dann noch eine kostenfreie Anleitung und hat damit auch sehr viel Spaß und dementsprechend würde ich euch empfehlen, probiert sowas doch auch mal aus. Gebt solchen Mocks auf jeden Fall eine Chance, ihr werdet es in den meisten Fällen nicht bereuen. Und dementsprechend gibt es von mir eine klare Kaufempfehlung. Und noch ein paar letzte Worte zum Lieben. Envy Car Mocks. Thank you for this great mock. I really enjoyed the construction and I like the look of the car. I had many fun with this mock and I surely will build some other mocks from you at the next time. Because this is for free a very, very good mock. Und jetzt wieder an meine deutschen Zuschauer. Ob ihr dieses Set selber besitzt, wird in diesem Mock-Fall wahrscheinlich wegfallen. Aber ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ich euch damit ein bisschen Lust auf so einen Mock gemacht habe und ihr das vielleicht in Zukunft auch mal ausprobiert. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben und ein Abo dalassen, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein, euer Valleybrick. Zivichik. Zivichik. Untertitelung des ZDF, 2020